Ja hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem kleinen Tutorial-Video. Ich will euch heute nur ganz kurz zeigen, wo ihr die legendäre Waffe Schwertfisch herbekommt. Diese Waffe benötigt ihr für ein Achievement und gleichzeitig ist es einfach eine cool aussehende Waffe, denn sie sieht einfach wirklich aus wie ein großer Schwertfisch. Und ihr bekommt sie, wenn ihr in der Fischerhütte in Hefnatorb alle Fischerquests schafft und somit alle Fische abgebt. Dann bekommt ihr das Großschwert Schwertfisch, wenn ihr das letzte ausgeliefert habt und dann habt ihr dieses Schwert, mit dem ihr dann letztlich kämpfen könnt. Ich werde euch in dem Video nicht zeigen, wo ihr alle Fische findet. Dazu gibt es im Internet ganz, ganz viele Quellen. Also, wenn euch das interessiert, schaut einfach mal nach. Es gibt wirklich viele Hinweise, wo ihr die Fische finden könnt. Aber wenn ihr dieses coole Schwert haben wollt und auch das Achievement haben wollt, dann ist das, wie ihr es tun könnt. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Das war wie gesagt nur ein kurzes Video, wo ich euch zeigen wollte, wie ihr diesen Schwertfisch bekommt. Und das war es auch an dieser Stelle von mir.